Hallo Leute, guten Abend zusammen. Wie geht ihr euch? Hast du fitti? So wir sind in Koblenz unterwegs. Ich mache hier mal ein paar Aufnahmen. Ich war gerade hier im Elektro-Laden, mal guckt für eine GoPro. Ein externes Mikrofon, wie ich euch gesagt habe, was ich in den Helm reinmachen will, damit ich Ton aufnehmen kann. Andi natürlich wieder nicht da. Was will man machen? Da müssen wir dort Anleihen bestellen. Ihr könnt mir dann einen Link generieren. Da müsst ihr einen V-Log machen. Machen wir dann mal ein. Schreibt mich dann mal an. Aber nichts gefunden. Jetzt gehen wir mal was trinken und dann den Experten noch. Und euch als fit? Ja. Wir fahren nachher noch mit dem Bus weiter nach Koblenz. Tschüss Koblenz für Cocktails. Ich sage eben, wir fahren schon heim. Dann fahren wir heim. Marcel wie heim? Ja, heim im Stadion. Einmal? Jetzt mal wieder ein Abenteuer hier. Jetzt mal wieder ein Abenteuer. Ich bin jetzt noch ein bisschen müde, glaube ich. Ja, die Nacht war wieder lang. Ich habe bis nachts um drei, vier Uhr, ne, vier, halb fünf. Vier, vier? Ja, vier Uhr. Auf jeden Fall habe ich noch gearbeitet. Weih. Gab aber auch keinen Nachtzuschlag. Ja. Ja, ja. In Koblenz ist auch nicht zu viel los. Das Wetter ist zum Glück nicht zu kalt. Das ist trocken. Das ist sehr gut. Wunderbare Lenden haben wir uns angesprochen. Genau. Zuschauer haben wir getroffen. Zuschauer. Für mich Zuschauer. Für Marcel Fans. Marcel sagt immer Fans. Ich weiß nicht warum. Ich habe Zuschauer. Ich finde das irgendwie cooler, das war. Fans. Normale Menschen wie mir auch. Weil Fans, das ist ja, ja. 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 Aber Zuschauer, gell? Ich weiß nicht, was ihr besser findet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber Fans, was haben wir für Fans? Zuschauer oder Fans? Was findet ihr besser? Ja, Fans. Hallo. Okay. Ja, gut. Wenn man mit der fetten Kamera durch die Stadt läuft, ist das kein Wunder, gell? Äh, Vogel. Ja, ein Vogel auf dem Boden. Aber nicht gezeigt. Und noch nicht umgebracht. Nein. Umgedreht. Wir sehen uns jetzt. Gleich. Bei dem nächsten Tag. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Es muss unbedingt was trinken in Ägypten. Günstige Getränke für ein Euro. Alles ein Euroladen. Also da kann man gut was trinken. Da gehen wir jetzt mal hin und holen es. So, ich habe eine kleine SD-Karte, die ich für meine GoPro Männerdirection im Laden ausprobiert. Und es leucht. Das ist super. Jetzt fehlt mir nur das Mikrofon, was ich natürlich in den Helm reinbauen will. Das gab es hier natürlich leider nicht. Das heißt, wir bestellen das dann online. Aber sonst bin ich ganz zufrieden jetzt. Und da habe ich bezahlt 30 Euro, glaube ich. 29 Euro. Ja, 30 Euro. Genau. Und jetzt geht es zum Bus. Und dann gucken wir, dass wir runter ins Stadion kommen. Und wir sind jetzt gleich im Stadion. Ja, und dann sind wir gleich. Ganz genau. Ja. 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 Bis jetzt gegen die Stuttgarter Kickers. Gebt uns beim nächsten Video. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Daumen nach oben und abonnieren. Wir sagen tschö. Ciao. Tschau. Gibt noch was? Nö. Nö. Wir sind eisig ab. Wir haben euch auf der nächsten Video. Genau. Ich fange gleich direkt das nächste Video an. Immer fleißig sein. Ciao!